Auf fast 800 Metern Seehöhe trainieren Profitaucher und andere Sportler regelmäßig. Bei eisigen Temperaturen. Unter Wasser. Einmal im Jahr zur Schneeschmelze wird dieses Tal bis 12 Meter hoch überschwemmt und steht circa ein Monat lang unter Wasser. Auch Christian Redl, der Apnoetaucher, trainiert hier regelmäßig. Mein Patentier ist der Schwarzspitzenriff-Hai. Als Freitaucher versuche ich vom Hai zu lernen. Er ist perfekt an die Unterwasserwelt angepasst und ist somit der beste Lehrmeister. Mit meiner Patenschaft versuche ich ein Zeichen zu setzen. Der Hai ist ein gefährdetes Tier und muss unbedingt geschützt werden. Das Haus des Meeres ist sehr wichtig. Die Menschen können die Unterwasserwelt live miterleben und das mitten in der Stadt. Aber nicht nur Unterwasser hat das Haus des Meeres viel zu bieten. Die Menschen können die Unterwasserwelt über die Unterwasserwelt über die Unterwasserwelt bekanaken. Untertitelung des ZDF, 2020